Willkommen zurück Kriegt dieses Schiff das irgendwie eingeholt Ja Gut Das Schiff kommt jetzt hier um Aluminium zu holen Welches wir nicht haben, weil die Aluminiumproduktion hier so doof lief Wir haben ein Plus, aber irgendwie auch doch nicht Warte, jetzt Fett Alu holen Okay, wir haben gerade 40 Das ist natürlich auch für unsere Boah, wie will der mich fangen Aber ich habe nur mein ganzes Geld, was ich für den Scheiß kriege, für den ausgeben Hier, halt die Fresse Ja schön, königlicher Handel Ah, sie schließen sich der gerechten Sache an Hm, ich schließen sich der gerechten Sache an Ich bin auf dem Sarg Ich möchte daran glauben, dass wir ein Gewissen haben So Wir haben jetzt hier, hier, hier und hier Ich baue noch mal ein Weizenfett Lieber So Eigentlich ganz gut Bis auf, dass hier eine Fregatte zerstört Und, äh Ich glaube mal, da ist Du fährst zurück nach hier Ich kann jetzt auch eben diese Fregatte hier erledigen Hier wird es zur Unterstützung kommen, mehr kommt es nicht So Einmal musst du noch bitte schießen Bäm So Alte Welt hatte ich Hä Ich hatte hier doch nur Die Aufkaufsunstein gescheitert Ich habe keine Ahnung, wieso Boah, Georg, ey Gib mir jetzt einen Sack Ich schiehe jetzt hier auch noch mal Kanonen hin Hier Viel Spaß mit der Kanone, Georg Das hat er schon öfters jetzt gemacht Dann schießt er hier drauf Dann brennt die Bude Ja, und jetzt verpisst er sich Ist klar Der ist so ein kleiner Hosen-Scheiß hat der Georg So Wieso machen wir denn jetzt hier so viel Geld? Haben die irgendwie irgendwas rumgekriegt? Nein Ja, schön Ähm Ja Wir haben hier eine Aufgabe auf Manola Eine Rätselaufgabe Eine Rätselaufgabe Krokodile finden Kann ich mal was mehr heranzukommen? Das weiß ich natürlich nicht Mehr wie diese Krokodile aussehen Oh mein Gott, sie sind braun Und ich habe hier noch so viele Steine Ähm Und ich ähm Viele Fünf Och Häng ich kurz Ich habe doch noch eine Hand Ich bin Ich mag diese Rimmelaufgaben nicht Ich bin immer so chronisch blind bei sowas Das ist echt nicht schön Zwei Stück brauche ich noch Und das ist halt auch dieses Zentrieren Ist halt auch nur so Semi-was Die Straßen so gründend wie jetzt Ich bin so blind da Ein Hausschwein Für ein Hausschwein Ach Gott, das bringt gar nichts Nähmaschinen Das bringt hier auch Fast Gar nichts Ähm Dann gehen wir nicht auf den Nerv Mit La Corona Wie sieht Ähm Wie sieht der Nähmaschinenbestand aus? Boah, der geht so drastisch runter Die Ich weiß nicht, wie man So viele Nähmaschinen verbrauchen kann Je mehr, desto besser 120 Fährdeste sind nicht viel Wissen Sie Ich bin Blutgelndritz Alter 54.000 Was wollten wir eigentlich? Also wir wollten im Kap Eine Kanone und Stabposition Anschmeißen Haben wir Okay Damit wir jetzt hier so ein bisschen Verteidigung aufbauen können Damit haben wir halt all unser Geld Rausgehauen Aber egal Wir haben hier ein bisschen Verteidigung Das ist wichtig Wie wir jetzt gelernt haben Jetzt ist die Frage Wollen wir die jetzt erst aufsteigen lassen hier? Näh Die Insel ist ein Minusgeschäft aktuell Oder kümmern wir uns weiter um Manola? Ich würde mich nämlich gerne echt noch Jetzt mehr um Manola kümmern Nachdem ich natürlich Nochmal das Schiff zurückgeschickt habe Mit dem Aluminium Zack Ähm Fahren wir bitte erst nach hier oben Bevor du deine Linie wieder aufnimmst Na wir müssen halt hier so ein Ding spawnen Okay Ähm 50.000 Die haben wir nicht Grundproblem ist Wenn wir jetzt natürlich hier weiter Ausbauen Manola Wird halt dieser Anteil auch immer teurer Ich muss eigentlich erst den Anteil wieder Kriegen Wir nehmen auch mal Kanonen mit Und gucken wir sonst Kanonen bei dem Lieben Archie bringen Haben wir hier irgendwas was wir verkaufen können Ist auch noch 150 Seife Oh ne Mal lieber auf dich Mit Georg anzusalten Und gucken dass wir jetzt in nächster Zeit uns mit Georg anfreunden Wart Okay Wir brauchen Noch ein paar um das nächste hier freizuschalten Das heißt wir müssen Stufe 2 erst noch ein bisschen ausbauen Die schlechten alten Tage sind zurück So Gut Fehlen uns jetzt übrigens nur noch 1000 Parfüm bringt nochmal 3 Gut Wir brauchen Was brauchte ich nochmal für Helium Oh ich das heißt Peter Wie kriege ich denn nochmal sein Peter Ich glaube das geht erst wenn ich den Steuernamt fertig habe Okay Wir müssen jetzt halt einfach mal eben alles nochmal durchgehen Sofort Ich wollte noch ein paar mehr abraden Die hier auch noch alle abraden Ich hatte die Frage ob hier noch genug nachziehen Ich hoffe So hier ist die Boxkampf Das war ich weiter nicht so gegeben So werden wir hier mal ein paar Straßen ab Das sieht doch direkt viel besser aus Oh hier sind auch zwei Hier vorne Das gute Alte Ich glaube nicht dass das reichen wird Wir gehen nochmal hier so ein Block ab Das ist so Kacke wenn so Stufe 3 neben Stufe 1 stehen muss Jetzt wird es auf alle Fälle reichen Jetzt müssen wir halt noch alles durchgehen Und gucken ob wir irgendwo was nachziehen müssen Bevor wir dann In Parfüm gehen Okay Fangen wir an Produktion Bier fehlt Nähmaschinen Also Bier 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 Und es fehlt Bier So aus dem Grund brauchen wir dann auch noch mal eher Mais und Getreide Das hier ist Mais Und das hier ist Getreide Ich werde jetzt mal eben Dass wir diese Prozente hier rausnehmen und hoffen Dass Okay wir brauchen noch deutlich mehr Haben wir denn jetzt noch einen Überschuss an Weizen Und einen Überschuss an Weizen Und was brauchte man noch für Bier Äh Mais 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 Jetzt haben wir zwei Okay Also wir können einfach noch eine Bierproduktion hier hinstellen Wir brauchen aber direkt noch eine Zack Das bedeutet Uns fehlt Hier noch einer Und Da ist ein bisschen der Bubse zu weit gegangen So Jetzt sollte Bereit mehr werden Okay Sehr schön Nähmaschinen Das ist Da müssen wir mit Produktion gehen Weil Das echt nur so ein Hauch ist Ich würde sagen Plus 20 Prozent Können wir doch machen So Perfekt Jetzt müssen wir halt gucken Wie es mit dem Aluminium Aussieht Machen noch immer einen Ganz 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 winzigen Überschuss Sehr 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 schön Okay Bier reicht Dann Nähmaschinen Ruhm reicht Immer noch Kaffee Reicht auch noch Güte Reicht nicht mehr Hüte 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 Jetzt bauen wir nochmal hier eine Hutfabrik Hüte so, die reichen auch wieder jetzt müssen wir natürlich gucken ob Baumwollstoff noch reicht und Alpaka-Wolle Baumwolle reicht nicht mehr und Alpaka Alpaka, wo haben wir Alpaka? Alpaka reicht noch, okay gut, dann brauchen wir nur noch ein bisschen mehr Baumwolle das machen wir wo? nicht in der Hacienda wo machen wir Baumwolle? hier hinten okay, hier ist so ein Kohleding das schieben wir mal nach hier hinten wo ist denn jetzt hier? soo soo hier perfekt so so genug Baumwolle haben wir auch wieder das Problem hat sich erst auch erledigt okay weiter geht's weiter geht's Hüte genug Bananen genug Potschus genug boah boah Tortillas brauchen wir einen Hauch von mehr nur na wie geh ich hab Tortillas? zwei würde ich da würde ich am liebsten auch einfach nur ein bisschen die Produktion ändern wollen die Produktion ändern wollen Rind Rind reicht noch und Mais müssen wir auch nicht, dürfen wir auch nicht vergessen ohhhh Mais ist so ein Hauch, so ein Hauch, das heißt das ist immer so ein Ausbalancieren, gerade bei so vielen Maisfarmen wie wir haben, innert halt schon 2% das Zünglein an der Waage, was wir ja wirklich brauchen, weil wir haben echt nicht viel Kohle und zack schon wieder 10 Riesen mehr, die der schein blöde Anteil kostet okay äh alte Welt zurück also das Bier bringt 13 nun 11 also das Verscherbeln wir haben hier nix ich hab die Seife gut wird schon ok Tathias reicht also wieder hier dieses komische Jalara Zeug reicht was nicht mehr reicht, ist dieses mit Zahl Dings da Bums da ich brauche eine Karte ist ja irgendeinen alkoholischen Scheiß, den die da sind so 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 Ich brauche noch mehr Zuckerrohre. Okay. So, unser Bergungsschiff ist hier im Kap angekommen. Das heißt, wir können jetzt... Okay, ähm... Na, sie gehören schon fast zur Familie. So, jetzt können wir Haut. Post freischalten. Was uns hier nochmal 2 plus 1 und 5 gibt. Und hier glaube ich ein 1 und 1. Dass sie den Unterhalt wieder rein holt. Stimmt. Ich geh einfach mal davon aus. Eins ihrer Gebäude war hier. Das macht passiert nicht nochmal. Eins ihrer Schiffe. Das war das. Die Kräuterlein. Und hier haben wir das Problem. Hier müssen wir mal das Lager ausbauen. Weil wir produzieren hier 16. Und Manola braucht 12. Also wir haben noch einen guten Kräuterüberschuss. Zitrusfrüchte reicht also auch sogar noch. Sehr schön. Jetzt sollte gerade... Fußbälle... Fußbälle ist die letzte Baustelle... ...die wir angehen müssen. Das ist hier das Ding. Aber auch für Nandu-Leder und Kautschuk. Okay, ich glaube da haben wir aber auch erst die eine nur von. Oder? Ja. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Hm. Hier hinten. Okay. Kautschuk kommt über eine Charterroute. Von da. Okay. Müssen wir mal kurz gucken. Wir produzieren hier 4 und brauchen 4. Okay. Das heißt, wegen Überschuss immer haben, baue ich nochmal 2 Farben. Perfekt. Perfekt. Muss ich halt nur noch eine Nandu-Farm bauen. Oder ich plane die Nandu-Farm. Was mir glaube ich besser gefällt, noch ein Silo. Dann wird die Farben verdoppelt. Dann brauche ich halt nur noch mal ein bisschen mehr Mais. Was ich mit einer weiteren Mais-Farm ohne Probleme hingewuppt kriege. So. Und hier nochmal ein Lagerhaus. Wieso kann ich das nicht bauen? 3.320 für eine Mais-Farm. Boah, ich bin so ein Geldproblem. Ich gebe das magisch. Ich hatte es. Wir hatten doch vorhin so viel Geld. Wir wollen uns nicht zu aufregen. So. So. Fort ist es geschafft. So können wir nämlich das hier auch aufhalten. Gut. Wir machen auch genug Fußbälle. Yay, 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 yay. Da kommt Freude auf, da kommt Freude auf. Okay. Dann. Als nächstes kommt jetzt weg, äh, nicht weg, sondern Parfüm. Dafür, och du Heilige brauchen. Ja, richtig Kohle. Guckt euch das mal an, was das kostet. Wir brauchen erstmal Blumen und Kokos. Und wir brauchen davon 6. Das können wir uns bei bestem Willen nicht leisten. Könnte man die Perspektive noch verbessern? Wir sollten vielleicht erstmal denen nochmal Zigarren geben. Das wäre eine... Das wäre etwas, über das wir reden könnten. So, rutschen wir denn jetzt. Weil die hier natürlich jetzt gerade kein Bier haben. Wieso, ich bin auch blöd. Ich hab den doch... Ich klau den einfach, der ein komplettes Bier. Okay. Ja, aber sobald hier sofort ist das Schiff da. Müssen wir mal eben überprüfen. Ähm, Bornhold braucht 2 Bier. Ne, Rüber war es. Und wir produzieren auf Rüber 4 Bier. Wir haben 3 über, okay. So, Wort. Bier, komm schnell, schnell. Oh, ich brauche das blöde Bier. Okay. Wir brauchen eine Fregatte. Können wir noch eine Minute aushalten. Wir verlieren fast all unser Geld. Und minus 400 auf einmal. Wieso denn jetzt 400 Bier? Kommt doch. Da, Bier ist da. Bier ist da. 200 Münzen. Oh, damit beenden wir die heutige Folge. Bis dahin. Ciao.